Schöne Seeforellen. Das Jahr ist die erste Seeforellen dieses Jahr von unserem schönen Boot. Das ist eine schöne. Schöne? Da hinten sieht man sie schon ganz gross. Nein, nicht allzu gross. Warte, freuen wir sie. Sie ist noch unter das Boot geschwommen. Ich möchte sie nicht eingehen. Oh, sie ist knapp gehackt. Ist das ein Hübel? Nein. Ist das ein Hübel? Oh, kommt sie weg. Da sieht man sie. Und Engenfäume. Und Engenfäume. Und das sind noch die schöne Seeforellen. Ungefähr 45 ist sie. Schöne Fische. Das macht richtig Spass. Erste Seeforellen vom Jahr. Waui!